So, wie kriegen wir jetzt unsere Zellen für unsere Experimente im Zelllabor? Dafür verwenden wir Nabelschnüre. Die Nabelschnüre, die kriegen wir von Müttern von der Klinik, die zustimmen, dass wir die Nabelschnüre tatsächlich für die Forschung verwenden können. Und wenn wir dann diese Nabelschnüre haben, dann isolieren wir daraus die Endothelzellen. Also jene Zellen, die die Gefäße innen auskleiden. Wie machen wir das? In der Nabelschnur gibt es eine Nabelschnurvene und in diese Vene kommt eine Enzymlösung rein. Und diese Enzyme, die lösen die innerste Schicht der Zellen ab, die Endothelzellen. Und damit können wir dann ganz leicht aus der Nabelschnur die Endothelzellen raus isolieren. Die geben wir dann in die Zellkulturgefäße und anschließend lassen wir die dann in der Zellkultur im Nährmedium wachsen und die proliferieren auch, sodass wir dann nach einigen Tagen schon eine durchgehende Schicht von Zellen finden. Und diese Zellen, die verwenden wir dann für die Experimente. Hier sehen wir nun, wie der Martin in der sterilen Arbeitsbank aus der Nabelschnurvene Zellen isoliert. Wir haben die Nabelschnur in diesem Fall durchtrennt in zwei Teile und wir müssen jetzt den Eingang zur Nabelschnurvene finden. Das ist einigermaßen schwierig, weil die Vene immer wieder kollabiert, also sich immer wieder verschließt. Deswegen müssen wir auch einen permanenten Zugang schaffen, um die Enzymlösung dann anschließend einführen zu können. Und diesen permanenten Zugang, ein kleines Plastikteil, das fixieren wir mit einem Kabelbinder. Und hier sehen wir die Vorbereitung dazu. Der Kabelbinder, der wird in Position gebracht und anschließend wird dann dieses Plastikteil, dieser permanente Zugang eingeführt in die Nabelschnurvene, möglichst vorsichtig, um die Nabelschnurvene nicht zu schädigen. Und dann wird dieses Plastikteil, dieser permanente Zugang mit dem Kabelbinder fixiert. Am Ventil, beziehungsweise an diesem Plastikteil ist auch ein Gummischlauch angebracht, welcher dann für das Einspritzen der Enzymlösung dient. Wenn die Enzymlösung durch die Nabelschnurvene gespritzt wird, um die innerste Schicht die Endothelzellen abzulösen, dann möchten wir diese Lösung anschließend natürlich auch auffangen, denn dort befinden sich die Endothelzellen drinnen. Und deswegen haben wir auch einen zweiten Zugang mehr oder weniger fixiert an der Nabelschnurvene, um eben auch den Ausgang zu fixieren. Die Enzymlösung wird mit einer Spritze aufgezogen, circa 10 Milliliter und anschließend wird die Spritze eben am permanenten Zugang fixiert, um dann die Enzymlösung durch die Nabelschnurvene zu spritzen. In einem Gefäß, einem Falkon, wird anschließend die Suspension mit den Zellen drinnen aufgenommen. Die Zellen, die befinden sich jetzt in einer Enzymlösung und damit die Zellen keinen Schaden vom Enzym nehmen, müssen wir die Lösung von den Zellen abtrennen. Und deshalb zentrifugieren wir die Zellen ab. Wir trennen also die schweren zellulären Anteile von der Flüssigkeit durch Zentrifugalkraft. Anschließend können wir die Zellen dann in frischem Kulturmedium mit Nährstoffen, Vitaminen etc. aufnehmen und auch auf die Petrischalen aussetzen. Auf den Petrischalen, die mimiken quasi unsere Gefäße, können sie die Zellen dann anschließend absetzen. Und hier sehen wir, dass schon nach wenigen Stunden sich die ersten Zellen absetzen und diese sich dann auch vermehren. Im Zeitraffer sehen wir, wie die Endothelzellen proliferieren, sich also vermehren und immer mehr eine durchgehende Schicht bilden. Und eine derartige Schicht, eine durchgehende Schicht, finden wir auch in den Gefäßen. Und man sieht hier auch schön, wie sich die Form der Zellen ändert, von spindelförmig zu blocksteinartig. Und letztlich stehen sie noch einer Woche zur Verfügung.